Hallo und willkommen zurück bei Let's Play X Rebirth. Eine ziemliche Zeit ist jetzt vergangen, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Aber ich war auch nicht ganz untätig in X Rebirth. Was soll das heißen? Wir haben bloß immer noch unsere beiden Stationen. Ich kann auch so viel sagen, der eine Komplex ist schon fertig. Und läuft jetzt auch ziemlich gut. Aber das Eigentliche ist, ich habe bloß ein Schiff gekapert. Die Rehanas. Nicht wirklich was Spektakuläres. Aber das, wo jetzt richtig interessant ist, wir haben Geld. Und ja, ich habe jetzt gut drei Tage und zwölf Stunden Spielzeit bei dem hier. Und mit dem Geld kann man jetzt schon mal ein bisschen was anfangen. Aber der erste Stopp wird sein in Defreeze. Aber da möchte ich schnell noch mal auf die Map. Bei der eineinhalb Tage lang bloß warten, das wollte ich euch wirklich erfahren. Mal rufen. Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Diese Schiffstypen können wir für Sie bauen. Und wie viel davon darf sein? Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Diese Schiffstypen können wir für Sie bauen. Und wie viel davon darf sein? Okay. Ähm, das wird so. Schaffen? Nein. Irgendwann, ich suche. Albion. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Und dann nehmen wir alle unsere neuen Schiffe, die wir gekauft haben. Übertrage. Neun Vorgesetzten zuweisen. Car. Mach mal wieder Liste. Gib mir die Liste. Lass uns eine Station oder ein Schiff mit einem Kommandanten auswählen. Den hier wählen. Wir bleiben in Ihrer Nähe. Beschütze wählen. Wir bleiben in Ihrer Nähe. Weil nämlich die... ...diese Schiff doch recht von... ...Piraten immer wieder angegriffen wird und... ...ein bisschen zusätzlich schützen müssen wir sie. Und darum schickt wir hier mal ein paar Schiffe zur Unterstützung. Ich weiß nicht, der Highway ist es nicht klug, mit dem Sincer zu fliegen, aber... Ich mach's trotzdem immer wieder. Hier mal durch. Superhighway. Superhighway. Und wenn wir in Befreeze sind... ...dann werden wir uns um ein paar Upgrades der Station kümmern. Und auch mal ein, zwei Konstruktionsschiffe, so wie eine Auran mal bauen. Das werden wir in dieser Folge alles machen. Und nach der Folge will ich mal mit ein bisschen geschichtlich auf die vorherigen Teile auch mal eingehen, damit man... ...ein bisschen weiß, was es in den vorherigen Teilen gegangen ist. Und werde da, glaube ich, ein komplett extra Video mal dazu machen, wo die Intros mit drinnen sind. Und dann, äh, wenn das dann vorbei ist, äh, mal ein bisschen noch was dazu erzählen, was man da alles macht und... ...und so weiter. Und jetzt jetzt noch ein bisschen durch. Und dann können wir ja uns auch noch um unsere Station in Befreeze kümmern, dass die... ...noch ein bisschen, dass wir die Fertigstellen in dem Block auch weiterkommen. Zwei. Dann können wir hier schon mal Details... ...manager... ...manager... ...wärts sagen Architekten. Guten Tag, ich stehe zu Ihren Diensten. Haben Sie noch einen Wunsch? Nur keine falsche Bescheidenheit. Chip-Lager, das haben wir ja schon. Jetzt machen wir mal den. Ändern. Okay. Ja. Und das nächste. Wellen. Eine vorzügliche Wahl. Wir werden sofort mit dem Bau beginnen. Ähm. Okay. Den unter Beschuss. Jupp. Und jetzt verziehen wir uns. wieder ein paar Rebo Schiffe. Nichts Besonderes. Also zur Gleisenden Wahrheit und mal unserem Konstruktionsschiff ein bisschen aushelfen. Ich sag's mal so, die Piraten haben jetzt ein großes Problem. Aber ich hab eher gedacht, dass die Piraten nicht ganz so gut abschneiden. Dann halten wir mal unter seinen Vorfeld. Ich find's lustig. Oh. 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 Feuert hier auf uns. Aber wir kriegen es auf die Reihe. Noch. Oh. Noch kannst du streichen. Dann noch. Ah. Kriegst. Okay. Dann machen wir auch. Vergiss mal die Kette. Der ist nicht Wahnsinn. Schilder ab. Hier ist der... Sein der letzte Jäger. Doch nicht ganz der letzte, aber... Hätte mich das jetzt vom Hocker reißen sollen? Und wie sieht es denn besser aus? Oh. Gleich noch ein paar... Gleich kriegen wir ja noch ein paar Schiffe von Albion durch. So. Von der Etherskill Reihe. Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Jetzt haben wir hier doch noch viele Daito und die eine Katana zumindest. können wir ja mal so schauen. Beide Katana sind noch da und... Naja. Eine Daito ist kaputt. Aber dafür haben wir keine Probleme mehr mit uns. Für den Konstruktionsschiff. Dass das angekassen wird. Oh. Wollen wir uns mal ein paar Jäger noch dazu. Oh. Ich hoffe bloß, dass die durchkommen. Aus Albion. Hier. Hier. Nein. Innerer Zirkel. Hier. 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 Kleinschiffshändler. Hallo Pilot. Was kann ich für Sie tun? Diese Schiffstypen können wir für Sie bauen. Oder einmal ein E-Sois. Und wie viel davon darf es sein? Kaufen wir uns einfach mal 10 Stück. Vielen Dank, dass Sie sich so fachmännisch um unsere Feinde gekümmert haben, die unserer Station angriffen. Kein Problem. Hier. Das hier. Was sie uns hier haben. Wo werden. Brauchen wir nur noch damit man die Station bauen können. Man kann die Station auch noch gleichzeitig Schutz geben für unsere Konstruktion. So, ihr übertrage neun vorgesetzten Liste. Gib mir die Liste. Lass uns eine Station oder ein Schiff mit einem Kommandanten auswählen. Wir werden dicht hinter Ihnen sein, Sir. Wir werden dicht hinter Ihnen sein, Sir. Dankeschön. Jetzt hat man das erledigt. Okay. Jetzt, würde ich mal sagen... Heimat des Lichts... ...können wir eigentlich die Aran jetzt mal in Auftrag geben. Das machen wir jetzt halt auch mal. Großschüss. Ja. Ah, es wird dort gerade eine Taranis gebaut. Es gibt ja noch einen Insektor. Hier. Details. Ich mache jetzt erst mal ne... Großschiffshändler X... Und hier wird schon ne Aran gebaut. Okay. Das bedeutet ein bisschen... ...können wir... ...können wir das Schiff von Albion da überhaupt hin. Weil dann hätte ich gedacht, dass wir... ...weil ich glaube nicht, dass wir... ...diese Schifflang haben. Hier können wir, glaube ich, auf jeden Fall kein... Großkampfschiff bauen. Großkampfschiff bauen. Die bauen auch schon. Oh, okay. Dann hat sich das auch erledigt. Warten wir nur noch, bis die Jäger da sind. Und dann können wir ja auf die Suche sozusagen gehen, nach welches Konstruktionsschiff wir jetzt dann holen und welche Station. Ich habe mir nämlich schon eins, zwei so aus... ...ja, schon mal gedacht, wo wir machen können. Das ist recht ungut, was dieses Handelsschiff hier versucht. Okay. Die Station haben wir ja jetzt so in etwa. Die hier. Was können wir hier noch aufrüsten? Das Rufend. Sie haben hier das Heft in der Hand, nicht? Sind wir hier jetzt fertig mit Zeug anstarren? Dann machen wir mal diese Erweiterung hier jetzt nochmal. Ändern, hier. Ändern. Weiter. Sie wählen eines. Wir bauen es. Sie leben damit. Jupp. Ändern. Okay. Bei in die Freeze. Jetzt fliegen wir mal... ...zu einem etwas zu der Schiffswehr von DeFreeze. Und schauen, was die an der Bahn eigentlich braucht. Ich glaube, so ziemlich alles. Weiß mal, habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Und dann können wir ja auch nach und nach hier weitere Stationen bauen. Erraschend. Verdrückt. Heiße Luft. Und somit auch die Wirtschaft ein bisschen ankurbeln. Veredelte Metalle. Da können wir... ...was auf jeden Fall machen. ...von Schiffstechfabrik wird der Rest hier. Da brauche ich mal schon mal zwei Stationen, so wie ihr seht. Drei für die Scannerfelder. Von den Waffen hier weiß ich es gar nicht. Dann können wir ja auch hier die eine oder andere Station mal noch aufbauen. Wie sieht es jetzt halt eigentlich hier in der Heimat des Lichts mit unserer Erweiterung aus? Oh, da sind jetzt halt schon sehr viele Schiffe schon mal da. Ah, das ist die... ...diese Aufrüstung dürfte schon bald beginnen. Oh, die sind jetzt halt alle schon da. Dann können wir ja erst mal ganz lieblich wieder nach Heimat des Lichts fliegen. Und jetzt mal schauen, dass wir das eine oder andere Konstrukt zu dem Schiff jetzt auch kriegen. Und noch ein paar Stationen bauen. Damit wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Und auch diesen, den Plot, äh, weitermachen können. Und auch diesen, den Plot, äh, weitermachen können. Und jetzt in der Reihe, flammende Corona. Tudü. Aber ich, äh, denke, dass das Warten, dass ich wirklich so lange gewartet habe. Vor allem, was jetzt das Geld angeht, dass man hier, dass ich da so lange gewartet habe. Hat sich gelohnt, weil man, äh, hätte ich das jetzt in Aufnahmen gemacht, das wären... ähm, recht viele Aufnahmen gewesen. Dann hätte ich, das, äh, würde das Let's Play doch recht in die Länge ziehen. Und das, äh, kann man halt sehr, wirklich vermeiden. Wenn man mal offscreen einige Stunden wartet, weil es war ja, ein Tag und wirklich fast 3 Stunden, wo ich gewartet habe. Das wären fast 48 Folgen, wenn ich, ja, wenn man die wirklich halt, äh, komplett halbstündig machen würden an, an Folgen, wo man wirklich bloß gewartet hätten. Sogar ein bisschen, sogar mehr, die 48 Folgen, da ist jetzt halt nur ein Tag. Erreiche, Dämmerwache. Erreiche, Dämmerwache. Erreiche, Dämmerwache. Erreiche, Dämmerwache. Ah, wir sind noch nicht allzu weit von dem Punkt weg. Falls es euch interessiert, ich bin am überlegen, weil ich habe einen Twitch-Account, jetzt ob ich vielleicht Dragon Age oder Spell Force 1 oder auch teilweise Supreme Commander auch mal auf Twitch aufnehme, dass ihr leicht zuschauen könnt. Da wollte ich euch mal fragen, ob ihr auch darauf mal Lust hättet. Dann werden wir schon mal wieder fast in Heimat des Lichts. Ich bin gespannt, ob sie für X4, für die ganzen Stationen auch Jägerhunder zum Beispiel machen, dass man direkt Jäger auf eine Station gelanden kann und wenn die Station angegriffen wird, zum Beispiel beim Jäger dann starten automatisch und die Station dann verteidigen. Das wäre, finde ich, irgendwie cool. Und halt dafür weniger Verteidigung für die Stationen macht. Die haben gerade irgendeine Probleme mit. Dann fliegen wir mal durch Distrikt 8. Wie sieht's aus? Mikrochips gehen. Und so ein Schiff werden wir uns auch bald bauen. Auf das könnt ihr euch schon so richtig freuen. Freut mich nicht erst so richtig, weil das ist eines meiner Lieblingsschiffe. Handelsangebote, Sprungzellen. Aber ansonsten Nahrung und Scannerfelder. Okay. Das könnte dann noch ein bisschen dauern. Was brauchen sie eigentlich noch? Details? Guten Tag, ich stehe zu ihrem Dienstag. Jetzt müssen wir uns mal zeigen. Bio-Optische Fasern. Könnte man eigentlich auch herstellen. Aber das könnte man gleichzeitig mit den Scannerfeldern herstellen. Übrigens, falls ihr das automatische Rollen ausschalten wollt. Hier in den Einstellungen. Hier spielt Einstellungen. Automatisch Rollen aus. Kann man dazwischen immer wählen. Hier der Schwierigkeitsgrad. Wir spielen immer noch auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ähm. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier vielleicht die ein oder andere Warte kriegen. Das wäre nämlich die Situation war. Handeln. Leider nicht. Und Mikrochips fehlen bei der Station. Was ist denn? Das ist ja dann. Jetzt haben wir dann noch ein bisschen. Hier sehen wir. Das ist ja dann. Jetzt haben wir dann noch ein bisschen. Das ist ja dann noch. Mal gucken, was ich mal hier noch brauche. Handelsangebote. Alles recht teuer. Wir könnten vielleicht ein bisschen im Sinne noch bleiben. Ich könnte sie auch so machen, dass im Offscreen, dass man, war es nicht wirklich spektakulär, wenn man diese beiden Stationen, besser sagen, die beiden Konstruktionsschiffe braucht. Wenn wir ein neues Modul ausreichend bestaunt haben, könnten wir mit einem weiteren beginnen. Sollen wir? Warte. Ja. Ja, das sieht man dann jetzt schon hier. Im allgemeinen Lager, was man jetzt hier lagern kann. Und an der Nahrung, dann können wir eigentlich das... Konstruktionsschiff, wo wir mal den Architekten rufen. Sie haben hier das Heft in der Hand nicht? Sind wir hier jetzt fertig mit Zeug anstarren? Mach mal noch diese Erweiterung. Sie wählen eines. Wir bauen es. Sie leben damit. Dann könnt ihr doch auch mal, wenn ihr Lust habt, in den Kommentaren schreiben, was wir uns als nächstes hier Stationen bauen könnten. Bei ich würde jetzt eine Schiffstech-Zulieferer-Fabrik machen, wo man die meisten Ressourcen für die Schiffe herkriegt und eine Station für die Scannerfelder. Dann können wir ja kurz mal nachschauen, was das für eine Station nochmal heißt, weil mir fällt der Name gerade nicht ein. Das heißt, das ist die Enzyklopädie, Fraktionen, Stationen, Baumarkt, brauchen wir nicht, Handelszentrum, war das die Hightech-Fabrik? Ja. Dann könnten wir hier bio-optische Fasern als Mikrochips noch herstellen und hier die Scannerfelder. oder anderen Lebensformen gesteuert. Neben den Fertigungsanlagen befinden wir Kosten. Scannerfelder, ja, die kosten einiges. Und hier sieht man jetzt auch nochmal die ganzen Waren, die man dafür braucht. Und dazu der, der insgesamte Preis. Hier werden komplex... Okay. Im Großschiffswerft steht die technische Infrastruktur zur Fertigung. Okay. Was ist dann bei dir... In Großschiffswerft steht die technische Infrastruktur zur Fertigung. Im Großschiffswerft... Im Großschiffs... Im Großschiffswerft steht die technische Infrastruktur... Da kann ich jetzt nicht unbedingt mitreden. Was ist das nochmal? Ah, das sind die Reaver-Schiffe, die man verbauen kann, wenn man will. Und du bist das gleiche. Bloß, dass du selber auch noch einige Ressourcen herstellst, okay? Habitat, Basen, diese Station kann man ja nicht bauen. Und das wäre halt noch eine Station, wo ich sagen würde, können wir bauen, weil diese Ressourcen werden immer gebraucht. Und wie gesagt, ich würde mir eine Aran noch bauen. Vielleicht auch im Offline, dass wir doch nach und nach das alles dann haben. Aber dann braucht ihr nicht unbedingt warten, bis diese Stiffe fertig sind, weil das kann dann teilweise sehr lang dauern. Vor allem, wenn die Ressourcen nicht da sind für die Schiffe. Man sieht es hier, hier fehlen jetzt Ressourcen. Und das könnte jetzt doch eine sehr lange Zeit dauern, bis diese Ressourcen da sind. Wie gesagt, diese Station geht jetzt halt auch langsam. Braucht das Konstruktionsschiff irgendwie noch Gehalt oder sowas? Jetzt braucht es nur noch anscheinend die bio-optischen Fasern. Die könnten wir gebrauchen. Jetzt bin ich mal gespannt, geht das in das Angebote, Einkauf, nichts, schade. Weil ich habe gedacht, dass man hier, kann man nicht viel abzweigen. Schade. Bei damals selber gerade recht großem Mangel. Dann muss ich das nicht nochmal ein bisschen suchen. Weil ich möchte gerne die Station fertig haben. Und der Klinik. Hier weiß ich gerade gar nicht, ob ich noch was. Hier ist ja die... Erreiche direkt 13. Hm, Handelsangebote. Darf ich erfahren, wie viel Sie wollen? Das ist ein guter Deal. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Jetzt erzählen wir mal ganz absichtlich... Wir können diese Wagen... beträchtliche, beträchtliche Profite. Wenn Sie mir keine andere Anweisung geben, werde ich die Überschüsse an Sie weiterleiten. Teladi drückt große Freude über Ihre Profite aus. Und das ist jetzt noch ohne diese Stationserweiterung. Erreiche, Distrikt 3. Ich werde jetzt auch so ein bisschen halt haben. Die ganzen X-Folgen... Weil das doch recht viele Folgen werden. Das mache ich jetzt nicht mehr eine halbe Stunde lang, sondern versuche jetzt so eine Stunde zu handhaben. Weil ich die X-Folgen jetzt so plane. Dann zwei Folgen Dragon Age und dann kommt eine X-Folge wieder. X-Rebirth. Erreiche, Distrikt 1. Ich glaube, das ist dann schon ein kleiner Werner-Ausgleich. Da die Folgen bei Dragon Age... will ich wirklich so handhaben, eigentlich 30 Minuten. Die Folge 2 ist 2,5 Stunden lang geworden, weil ich keine Ahnung hatte, ab wann das sinnvoll gewesen wäre zu schneiden. Und... Da habe ich mir dann gedacht, bevor ich mir den Kopf zerbreche, wann ich das schneide und wo es sinnvoll ist, lasse ich diese Folge gleich gar nicht. Ich möchte jetzt schnell schauen, ob das sinnvoll ist, diese ganzen Mahnen, die wir haben... An Herz von Albion zu verkaufen. Okay, die Reaver versuchen eine Durchsatzung wieder anzugreifen. Jetzt dann das Konfliktionsschiff. Wir werden doch jetzt das ein oder andere kleine Problem jetzt haben. Wir werden doch jetzt das ein oder andere kleine Problem. Jetzt kommen wir jetzt noch mal. Ich komme jetzt hier rein. Ich komme jetzt in der Reiche, Fünf Wege. Schnell mal. Hier rein. Vorbei. Ich komme jetzt in der Reiche, Distrikt 2. Hier rein. Hier würden wir zufrieden. Können wir im Endeffekt. Können wir mal schnell zur Schützwerden. Hier unten müsste es irgendwo sein, laut Minimap. Immer hier ein bisschen schaut. Hier unten. Veredelte Metalle brauchen die nicht unbedingt, aber diese Generatoren brauchen die unbedingt. Eigentlich müssten wir hier eine Station bauen können. Oder zumindest der Bereich ist nämlich rot. Hier müssten wir eigentlich was bauen können. Generell. Dann würde ich fast sagen, wo... Bis... Details... Ne. Gut mit Ihnen zu sprechen, Sir. Neue Befehle. Nachtanken. Einmal voll. Jawohl, Sir. Dann würde ich sagen, der Frachter kann nach B5 gehen. Jetzt schauen wir aber auch nochmal. 3, 2. Brecherflotte nähert sich. Können wir irgendwas von Herz von Albion noch machen? Ja. Anscheinend nicht. Ja. 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 Dann würde ich vielleicht von Herz von Albion sich nicht unbedingt mögen. Können wir hier eigentlich noch mal kurz warten. Bis der Frachter das so weit hat. beste angeben wir können nur drei flüge Beteidigung wo haben wir den Trost-Hand-Waffenhändler-Rekruten wo war das nochmal Mechaniker Hallo Pilot, kann ich Ihnen etwas anbieten? Dann können wir jetzt schon mal ein bisschen unsere Skunk aufrüsten und andocken dann können wir auch mal stärkere Schilde Reinkaufen Willkommen an Bord Wenn Sie Ihr neues Modul ausreichend bestaunt haben, könnten wir mit einem weiteren beginnen Sollen wir? Ja, wenn diese Nachrichten kommen, dann kann man wirklich nichts mehr machen Und im Kampf geschehen ist das recht Ungut Wahnsinn Zeigen Sie mir bitte Ihre Schilde Ja schön Diese Neuentwicklung dieser Schildartentwicklung verbindet drei kleine Schildvertriften miteinander Dann kommen wir uns von denen mal zwei Stück Ähm Dann kommen wir uns von denen mal zwei Stück Waffen Zeigen Sie mir bitte Ihre Schilder Gerne Hammer Software Hammer, Hammer Haben wir noch nicht Kaufen wir uns mal trotzdem Weil Jetzt sind wir nämlich in der Lage Jetzt sind wir nämlich in der Lage Wenn wir jetzt mit der Rehanas hier Jetzt können wir hier Wo ist das nochmal? Details Kann man das gerade Ah, ne, da müssen wir kurz mal handeln Das Handelsmenü gehen Weil jetzt können wir anstatt drei Flüge sieben Flüge insgesamt planen Und das ist sehr gut Lass mal Hier Hier Wellen Und da sehen wir jetzt auch den Gewinn den wir machen Das ist ein guter Deal, wir sind auf dem Weg zu Ihnen Einkaufen Bio-Optische Fasern Bio-Optische Fasern Die würden wir gebrauchen Mio-Optische Fasern Ja, wir sind in der Lage so ein denote Knoten Wir sind in der Lage Wir sind in der Lage Können wir jetzt noch mal zu ein, zwei Stationen schauen, die ich in Albion zumindest weiß, weil soviel ich weiß werden Handelsschiffe, die wir haben, von PMs, die nicht unbedingt von den Stationen angegriffen, außer die Schiffe schiessen auf die Station, dann ist es klar. Aber ansonsten? Das war noch sehr interessant, wo man in den vorherigen Teilen, wo man noch wo kein Heimat des Lichts vorhanden war und man sich die Ressourcen alle zusammen sammeln musste, das war nicht unbedingt einfach. Handel, die haben soweit nichts. Jetzt gehen wir kurz mal hier rüber, weiter als möchte ich kurz wissen. Hier sieht man auch, dass das doch recht schnell jetzt geht, mit der Wiederaufladung. Jetzt fliegen wir jetzt die nächste, zweite Station an. Und, äh, zu sehen, ob hier auch was, irgendwelche Ressourcen für uns hat, die wir bekommen können. Und hier ist sie schon. Handelsangebote, Bahn von Stationen verkaufen, aber nichts. Ah, tschau. Au. Das ist schade. Jetzt schauen wir aber trotzdem noch mal. Sektor nach Heimat des Lichts. Hier im Distrikt 8, die Zone Wellen rufen. Nächste. Ich glaube, das können wir in diese Aufnahme knicken, dass wir... zumindest ein Schiff bauen können. Mal rufen. Ja. 25 Prozent. Hm. Okay, dann würde ich trotzdem sagen, sehen wir uns im Länden. Vielleicht schon nicht. in der nächsten Folge wieder, aber ich möchte zuerst Richtung Heimat des Lichts fließen. Und dann, ähm, werde ich wahrscheinlich zwei Konstruktionsschiffe bauen oder sogar drei. Und wenn die Aran gebaut wird, glaube ich werde ich wieder aufnehmen bei unnötig warten. Erreiche Splitter. Ist jetzt halt auch nicht unbedingt super. Wir werden mal hier rüber. Wir werden mal hier rüber. Dann können wir hier mal ganz gemütlich warten. Und dann, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da wird aber auch schon das, äh, wahrscheinlich abgegeben sein von der Reha nach. Mal gucken. Also. Ciao, ciao.